Der Torwart war noch dran, aber unfreiwillig und der Ball, er landet im Tor. Dieses Tor wollen wir uns nochmal anschauen. Ein fantastischer Freistoß, direkt verwandelt. Das war doch genial, ein solcher Freistoß. Den gucke ich mir gerne nochmal an. Der Torwart war noch dran, aber es war noch dran, es war noch dran. Das ist ganz gefährlich, Achtung! Und der ist drin! Warum der Ball reingegangen ist, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Nein, und es war kein Eigentor, es war am richtigen Ende des Platzes. Das sieht man selber. In dieser Partie kann man reinen Gewissens von einer einseitigen Begegnung sprechen. Nochmal die Führung ausgebaut. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Angefliegt in den Sechzehner. Und er ist drin! Tor! Und wie er den Ball genommen hat! Unglaublich! Unglaublich! Dieser Abrüst! Wahnsinn! Tja, wir haben mehrere Kameras im Einsatz. Der Beweis folgt hier.